Ayo, was geht von der Heikam Staffel, ich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Tekken 7, die Hauptstory, das letzte Mal sind wir stinken geblieben, weiter geht's und ja Freunde, wir haben auf jeden Fall, sag ich mal, achso ich muss mit dem Linken kämpfen, ja moin Digger, ich dachte ich kämpfe mit Hayachi Mishima, ach du Scheiß, ok. So Digger Fuck Sehr gut, erst du, jetzt hab ich gescheit, erst du und Dome So Ich hab mir gesagt, dass ein Schreckliches Schreckliches Unfall ist in der Nähe des Westen Wieso? Was ist das? Was ist das? Jack-6! Was ist das? Wer ist das? Er ist nicht in unsere Database registriert. Was ist das? Alles klar. Oh du... Alter du... Miser Vixen. Alter. Ja. Zähle mich. Ich füge eure El-Tandiga. Zähle schon. Fuck. Let's go. Aua. Autsch. Junge du bist ein Hurensohn. Na komm. Let's go. Du bist. Du bist nicht sehr. Du bist nicht so. Mein Name ist Gowki. Was ist das? 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 Alter Schwede Was ist das? 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 So, damit rechnet die nicht auf entspannt. Tschüss, Digga. Ah, die alten Mumus von der. Das ist das erste Mal, das ist das erste Mal. So, noch mal eine Runde, alter. Tschüss. Alter. Ja Jawoll Sehr geil noch mal kein problem nein du Hure schade der hat es geblockt oh mein Gott alter mein Gott oh man nein das gibt es doch nicht die fickt mich jetzt komplett die fickt mich komplett jetzt die 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 Jean in his blood. Lars existed solely for that purpose. I could barely contain my excitement at not only meeting a blood relative, but also at learning this revelation. While Lars and Lee conversed, I overheard something that shocked me. Jean Kazama had been found. Jean Kazama, Kazuya's son, and Heihachi's grandson, the hatred I had held deep inside surged through my veins like a tidal wave. Jean had put the wheels in motion that led to me losing everything. Then, as if finally putting his feelings into words, Lars muttered, you could have agreed with all those souls and his conscience. There was no mistaking what he had said. Das war's für heute. Das ist ein Mann von Gouki. Warum? Der Mann von Gouki ist in der Nähe des Gouki. Er hat gesagt, dass ich mich und Kazuya verletzen. Ich werde mich unbedingt nach Kazuya gehen. Das war's. 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 Alter. Das war's. 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 Was on uh... Oh... That's how the hundred and hundred will know Kazumi. Gowki. On Cz summary has already been warned you. Das war's für heute. Ich konnte nicht meine Augen aus der Live-Broadcast nehmen. Desperately trying to verify whether the images were a hoax or not. The demon on screen was unlike anything I'd imagined. No, it was something much more horrific. The devil incarnate. The demon-like creature you see on your screens is apparently Kazuya Mishima, said to be controlling G-Corporation from the shadows. World leaders are currently debating whether to believe. The report's just in that the creature has been subdued by the Mishima Zaibatsu. I'd long assumed this war was between humans. That my family, my hometown, had been razed to the ground by people. Oh, my God. I'm so sorry! I'm so sorry! Ich habe deine Reise gesehen. Ich kann nicht mehr machen. Oh, der Wettbewerb ist bereits in meinem Hand. Sie sind jetzt nicht mehr. Die Wettbewerb. Wir haben noch nicht gewusst, ob die Bilder Sie sehen ist. Wenn es ist, aber es scheint, Mishima Zaibatsu ist auf der Seite der Justiz... Die Wettbewerb ist gegen uns. Wir haben keine Option. Es gibt keine Probleme. Ich bin der Ende. Was ist das? Wir sind auf der Erde. Ein Wettbewerb hat gesagt, Mishima Zaibatsu hat seine eigene Satellite. Look, da ist es. Es ist wirklich fallen. Was ist das? Wir müssen uns rauskommen. Move, move! Der Mishima Zaibatsu Satellite hat erneut. Schauspieler sind. Was ist das? Kazuya? Was ist das? Ich bin der Mishima. Das war's. Wir haben die Einladung. Ich bin der Mishima-Zai-Batsu. Die Mishima-Zai-Batsu hat sich vor allem, die allgemein immer noch in der Welt. Die Leitung der Welt von Mishima-Zai-Batsch ist. Das war's. Wir haben die Einladung. Was ist das, Mishima-Zai-Batsch? Das ist das, Mishima-Zai-Batsch? Das war's für euch! Das war's für euch! Das war's für euch! Alles war's für euch! Das war's für euch! Ich schau dir, die Menschen in meinem Leben. Das war's für euch! Das war's für euch! Die Atrociousness des Wachsensorscheidens war unbeziehbar, und sie wangen an zu überraschen, und sie ver vergessenen dann über die Tome zu überwachen, als sie die Geblüten auskennen. Instead, sie glauben, dass die Zaibatsen waren, die Anwassenen der Wachsenscheidens. Der Wachsenscheidens von gut und evil verändert sich jeden Tag. Die Welt wir in leben! Ich war wohl nur die einzige Person auf dem Planeten, Für mich ist das, was das, was alles weggezogen von mir, und ich konnte nicht resten, bis ich eine Stoppe zu haben. So ich direkt zu den Mishima Zaibatsu, und sie sagten, dass ich sie für was sie sind. Ich wusste, dass ich mein Leben riskiere, um sich aufzunehmen, aber ich konnte nicht standen und sehen, dass die Welt weiter in den Chaos descend. Ich wusste, dass sie mir keine Ahnung haben. Bereft of all hope, ich wanderede über die Stadt aimlessly, aber dann, ein Mann in den Black kam mir vor, und sagte mir, dass Heihachi hat mich entschieden, zu treffen. A paar Stunden später, ich war in eine Fahrt und in eine völlig andere Richtung, als die Zaibatsu's headquarters. Als ich nach meinem Besten gekommen bin, Heihachi Mishima war da, mich aufzunehmen. Ich wollte mich über die Wahrheit von Mishima vertreten, wenn ich die Wahrheit von Mishima vertreten, dann kann man den Informationen beherrken. Ich wollte mich über die Wahrheit von Mishima sagen, wenn ich mich über die Wahrheit von Mishima vertreten, dass ich die Wahrheit von mir vertreten habe. mit mir. His eyes latched onto mine, filling me with unshakable fear. I have delved deep into the history of the Mishimas from Jinpachi Mishima to the family's connection to Kazumi Hachijo. The year you declared the establishment of the Mishima Zaibatsu was the same year your wife Kazumi passed away and that your son sustained terrible injuries from falling off a cliff. To me, that sounds like one hell of a coincidence now, doesn't it? Oh? I see. It's not just a reporter. It's good. We'll talk about that all in the world. If the promise is fulfilled, I'll tell you all. Let's meet you, Kotaru. At that time, I had no idea why he wanted me to reveal everything on his behalf. But I was getting so close to the truth I had long fought to uncover that I couldn't turn down this once-in-a-lifetime opportunity. The devil's blood in Kazuya and the blood of Kazumi's family, the Hachijo's, remains shrouded in mystery. I listened closely to every word, each step inching closer to the truth. As I said, As I said, I was living in my father, I was still a young man. I was still alive. 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 We're still alive. Maybe, too. And we were so alive. We were so alive. And now I am. We've been so happy. Ich habe mich nicht so leicht verletzt, dass ich mich nicht so lieb. Ich habe mich aber auch schon geholfen, als ich gesagt habe, dass ich mich nicht so lieb. Nach dem Training, Kanzumi plötzlich wurde erlaubt. Kanzumi wurde mir nicht so leicht verletzt, und mich kurz zu leben, aber... Er hat sie versucht, dich zu töten? Ja, aber nach dem Tag, der Kandemie hat sich die Zeit geblieben, aber es war ein Kandemie. Es war ein Kandemie. Es war ein Mensch, wie ein Mensch mit zwei Menschen. Das war ein paar Tage lang. Und dann... Das war's für heute. Ach du Scheiße. Holy Shit, jetzt kämpfen wir gegen die Mutter von Kazuya, Digga. Alter. Holy Shit. Digga. Was mit den Kombinationen, Digga. Meine Güte, dieser Drecksdrache, Digga. Mann. Oh Junge. Heilige Scheiße. Erneut Versuch. Erster Fall, die wir verloren haben. Die Alte ist aber geisteskrank. Oder irgendwie funktionieren die Kombinationen nicht mehr. Kann das sein? Mann, diese Skir-Blocke die ganze Zeit, Digga. Oh Junge. Tschüss. Mann. Alter. Egal was ich mache, die blockt alles. Die blockt alles. Ja, dann kommt's mit diesem Spezial-Dinger, Digga. Mann, bitte nicht, Digga. Komm. Ach Bro, das ist so absurd. Meine Fresse, Mann, Alter. Okay, die macht richtig ernst. Die macht richtig ernst, Bro. Aber warum kriege ich diese Dings nicht? Mann, diese Drecks-Kombis, Digga. Boah, die hat so Bastard-Kombis, ne? Die hat richtige Drecks-Kombis. Ja, fuck. Ja, kann ich nur starten. Kann ich nicht nur starten, einfach. Ja, fuck off, Digga. Boah, Junge, nehmt ihr mich auseinander. Alter, nehmt ihr mich auseinander. Keine Chance. Keine Chance, Bro. Keine Chance. Keine Chance. Aber Haihachi macht doch irgendwie die Kombination irgendwie auch überhaupt nicht mehr gefühlt, hab ich das gesehen. Ah, diese Scheiß-Kombis, Mann. Was machst du denn, Martin? Bro, die Störung ist manchmal so cringe. Ja, Digga, Mann. Ach, Digga. Geil. Ja. 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 Geil. Schau. Let's go. Ergache! Nein, 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 nein! Ich kann mich nicht mehr aufheben! Ergache? Ich bin mir für Ota. Es ist gut. Es ist schön, nicht wahr? Was ist das? Kazumi ... ... Ah... Helahachさん... まさか私を... 私を殺せるのですか? 私を殺せば 育しみの連鎖が... H-h-h-h So that's how you killed your wife. But why did you drop Kazuya off a cliff? He was just an innocent boy. If you take the blood of Kazumi, you don't have to be human. If you die, you'll die. If you die, you'll die. If you die, you'll die. And then you'll die. If you think about it, I should have killed Kazuya at that time. How do you know about that? Let me go! Just let me know one time! What does this war mean to you? When I came to, I was on a wharf with Lars. I had no idea where I was or what he was doing there. Lars said he'd received a message from the Zaibatsu telling him to come here. He bundled me into his car and then took me back to Violet Systems. As we drove back, Heihachi's words ran through my mind over and over. Why did he let me interview him like that? Why did he leave everything to me? And what was that mournful look in his eyes? Question upon question whirled through my mind, but not a single answer. and how if it was for DAVID CETEORUNTY who chose you before. How is it anyway? I mean, I don't know why it was a doubt— how t it is? how the shamed happenedпар II how he like a before david if he There was no effort of Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tschüß! Geisteskrank Geschöße! Geisteskrank! Der lebt einfach immer noch, juck dir nicht. Noch ein, noch ein Tod, also... Geisteskrank! Scheiße! Oh Gott! Ja, was zum Fick! Mann! Was ist das denn, Digga? Alter! Let's go! Boah, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, Digga! Machen! Ach, Digga! Ey, was ist das denn? Oder ist das alles gescriptet? Jetzt! Ist das denn? Nein! Kannst du nicht! Du hast doch gesagt, Digga! Du hast doch gesagt, Digga! Das ist doch doch! Das ist doch doch, Digga! Das ist doch so, Digga! Das ist doch so, Digga! Das ist doch, Digga! Das war's für heute. Ja, das ist jetzt irgendwie zehn Jahre weiter, bis sie behindert werden, schlagen die sich. Ja, einer von denen will drauf gehen. Ja, du schaust. Tschüss, was ein Schlag. Der kam aus dem Herzen. Die Faust kam, leck mich am Sack, kam die. Die Faust kam, leck mich am Sack. 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 Ich bin halt nicht so ein guter Technikspieler, bin ich ehrlich. War ich irgendwie noch nie in keinem Beat'em'up. Weil ich mich da jetzt nie so richtig reingefuchst habe. Mit den Techniken und dies und das und das. Dementsprechend bin ich da leider nicht so gut darin. Das einzige Spiel, was ich wirklich perfektioniert habe und wirklich gut kann, ist das Call of Duty. Aber ja, dann hoffe ich mir das, was es gewesen sei mit dem Let's Play. Wir sehen uns dann in einem neuen Let's Play Projekt. Bis dann, check dir mit zum Beispiel die Zwiebeln und noch rein.